Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video. Heute mal wieder Hightech for Gamers und zwar mit dem Gamer PC Hargreave V16 Design Coalink Unity Adapt für 1.949 Euro runtergesetzt von 2.099 Euro. Kurz vorweg das System wurde mir wieder mal vorgeschlagen von der Gru, der macht es in letzter Zeit ziemlich häufig, aber der sucht auch immer Angebote raus, wo ich mir so denke, ja sollte man schon vorwarnen oder eben empfehlen, manchmal empfehlen wir auch Sachen, aber ja den schauen wir uns jetzt mal an. Und ein kleiner Tipp noch von meiner Seite, wir betreiben einen Discord Server mit über 4.000 Mitgliedern, da könnt ihr einfach eine Config Anfrage stellen, völlig unverbindlich, kostenfrei, wir machen euch dann eine Geizheitsliste bzw. unsere Mods, manchmal bin ich auch noch mit am Start und ihr könnt euch dann entscheiden, wollt ihr das irgendwo fertig kaufen oder baut ihr das selber oder wollt ihr einfach nur eine Liste ziehen, dass ihr eine kleine Orientierungshilfe habt. Das funktioniert dann so, ihr seid dann jetzt hier auf dem Server, hier habt ihr diesen Kanal Config Anfrage, dort könnt ihr ein Ticket ziehen und dann werden euch folgende Fragen gestellt, wie hoch ist das Budget, kommt der Selbstbau in Frage, brauchst du WLAN, hat man besondere Ansprüche oder so und unsere Mods kümmern sich dann zeitnah drum. Und es ist wie gesagt wirklich völlig kostenfrei. Wir machen das als Hobby und wir haben auch die Möglichkeit zum Beispiel bei Opteka dann anzufragen, dass die Liste 1 zu 1 gebaut wird für einen kleinen Aufpreis, das müsst ihr aber dann selber entscheiden. Ansonsten haben wir hier noch einen Community Chat, eine Gaming Laberecke, eine PC Laberecke, also wenn ihr euch irgendwelche Infos holen wollt, sagen wir jetzt mal, ach ja hier die Wasserkühlung, ist die gut oder nicht, dann könnt ihr euch das Feedback der Community einholen. Jetzt aber genug gelabert, wir schauen uns jetzt dieses System von Hitech an. Und ja, ich weiß, viele von euch wissen, da sollte man eventuell nicht bestellen, also die Meinung vertreten viele, ich persönlich auch, aber es ist mal wieder Zeit für so ein Video. Es wurde vorgeschlagen, das letzte ist ein Monat her, können wir mal immer wieder drauf eingehen. Es kann ja auch sein, dass sich vielleicht mal was bessert oder eben nicht. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild, das ist absoluter Fake. Okay, das Gehäuse stimmt, ja, aber dieser RGB-Streifen hier unten, ob sie den da reinbuttern, keine Ahnung. Eine Wasserkühlung ist nicht drin, es ist ein Luftkühler drin. Wir haben ein Full-ATX-Board hier drin, es ist ein Micro-ATX verbaut. Es sind hier vier Trident-Set-Neo-Ramm-Riegel drin, nein, hier sind zwei schwarze RAMs verbaut ohne RGB-Beleuchtung. Die Daten davon, oh Gott, wir gehen da gleich drauf ein. Ich finde das immer schwierig, weil die Leute kaufen halt auch nach Optik. Na, also die sehen so ein System, denen sich geil und ich will so eine Disco-Bude bei mir da stehen haben, ich mag's nicht, aber das müsst ihr selber wissen. Und dann kriegen die halt irgendwie so eine Rammelkiste nach Hause. Aber gut, gehen wir mal auf die technischen Daten ein. Das ist ein knapp 2.000-Euro-System, da muss ja was Gutes drin sein. Ihr märts schon, ich hab Spaß an dem Video, ne? Das ist immer so eine kleine Auflockerung für mich. Kommen wir erstmal zu dem Gehäuse, das ist ein CoLink Unity Adapt ARGB. Das Gehäuse ist super für Leute gedacht, die vielleicht noch eine Pizza von gestern auf dem Tisch stehen haben und die nochmal aufwärmen wollen. Dann macht ihr die Seitenscheibe auf, legt die Pizza da rein, wartet zehn Minuten, dann ist die wieder warm. Es ist wirklich ein Backofengehäuse. Wir haben vorne diese beiden Lüftungsschlitze, ja, das sieht ganz nett aus hier vorne, das kann man machen, kein Thema, aber wir haben wirklich nur diese beiden Lüftungsschlitze hier und in dem Gehäuse sind zwei Lüfter verbaut. Einer vorne, einer hinten, jeweils 120 Millimeter. Dass da jetzt nicht so viel Luft durchwandert, ist ja wohl klar. Das kann man nehmen für so eine 1.000-Euro-Kiste, dann schraubt ihr vorne noch zwei weitere Lüfter rein, die wird dann auch nicht so warm. Das ist okay, dafür ist das Gehäuse vielleicht auch gedacht, aber nicht für ein 2.000-Euro-System. Und das kostet 106,97 Euro bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 7700X. Der hat acht Kerne, 16 Threads, 105 Watt TDP und unterstützt offiziell 5200 MTS-RAM. Könnt ihr auch mit 6.000 ganz locker laufen lassen, gar kein Thema. Der Prozessor ist an und für sich nicht schlecht. Könnt ihr mit streamen, könnt ihr mit zocken, könnt ihr auch ein bisschen mit rendern und so, gar kein Thema. Nur ein 7800X 3D, der nochmal deutlich mehr Gaming-Performance liefert, kostet halt 50 Euro mehr. Hatten wir in den letzten Videos mit diesem Prozessor häufiger. Ich sage immer wieder, wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr könnt aufrüsten, dann nehmt ein 7800X 3D. Ansonsten aktueller Prozessor, kann ich überhaupt nicht meckern, ist in Ordnung so. Und der kostet 337,99 Euro bei Mindfactory. Die CPU-Kühlung ist ein Jonesbo CR2000 GT. Nein, das ist keine Wasserkühlung, das ist einfach nur ein dicker Luftkühler, Dual Tower, sieht ein bisschen aus wie so ein AK620 vom Aufbau her. Also ihr habt die beiden Tower und halt einen Lüfter vorne und einen Lüfter in der Mitte. Der wird den Prozessor geregelt kriegen, gar kein Thema. Aber wie gesagt, ist keine Wasserkühlung. Braucht ihr für den Prozessor auch auf gar keinen Fall. Luftkühler reicht dicke. Ich habe sogar einen 7800X 3D mit einem AK620 gekühlt gekriegt. Von daher ist das schon in Ordnung. Und der kostet 48,39 Euro bei CSV-Direkt.de. Das Motherboard ist ein Asus Prime B650M-A WiFi. Ey, warum? Einfach nur warum? Das Board ist jetzt nicht schlecht für so eine Office-Kiste. Da will ich überhaupt nicht meckern. Die haben irgendwo eine Daseinsberechtigung, aber doch nicht in einem knapp 2000 Euro-System. Immerhin haben wir hier gekühlte Spannungswanderer, zumindest auf der linken Seite hier oben leider nicht. Vier RAM-Steckplätze. Hier kann SSD verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr diesen Slot noch benutzen. Ansonsten benutzt bitte den hier für eine Capture-Karte oder ähnliches, weil der Kühler der Grafikkarte könnte den halt überdecken, je nachdem wie dick die ist. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon-Kopfhörer-Line-Innen. Antennenanschluss für WLAN. Bluetooth-Netzwerkanschluss. 2x USB 3.1, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0. PS2-Anschluss benutzt man halt in Office-Kisten. Das machen ganz oft Büros zum Beispiel, die deaktivieren die USB-Slots und steuern darüber dann Maus und Tastatur an, damit die Mitarbeiter nicht auf die Idee kommen, irgendwie einen USB-Stick von zu Hause mitzubringen, den da reinzustecken. Dann werden die halt gesperrt. Ist unter anderem so ein Anwendungsgrund. Oder weil ein Büro noch ganz alte Peripherie hat. Kann ja auch sein. Die Onboard-Grafik hier könntet ihr theoretisch benutzen. Der 7700X bringt eine integrierte Grafikeinheit mit. Nehmt bitte die Anschlüsse der Grafikkarte. Dass hier auch noch VGA vertreten ist, spricht ebenfalls für ältere Monitore im Büro. Ihr könnt bei euch in der Gemeinde ja mal in so ein Bürgerbüro reingehen und gucken, was die da so stehen haben. Ja, da stehen teilweise noch Röhrenmonitore. Aber zurück zum Thema. Das Board hat in einem 2000-Euro-System einfach nichts zu suchen. So ist es halt. Das funktioniert mit dem 7700X und theoretisch sogar mit dem 7800X 3D, weil die haben jetzt nicht so eine krasse Leistungsaufnahme. Aber man sollte schon was Vernünftiges nehmen. Und das kostet 1966 Euro. bei alza.de. Das ist actually ganz schön teuer für so ein kleines Board. Wir erinnern uns, wir hatten eben diese schöne Vierfachbestückung, diesen Trident Z Neo RGB, der an und für sich auch ein guter RAM ist. Den kriegen wir hier aber nicht. Wir bekommen Crucial Dim 16 GB. In der heutigen Zeit bei 2000 Euro. Selbst bei 1500 Euro Systemen 32 GB müssen da reinwandern. Ich habe eben noch DVD gespielt. Das hat auch 17 GB insgesamt belegt. Gut, ich hatte noch Discord offen und so. Aber lasst es euch gesagt sein. Geht auf 32 GB. DDR5 4800 MTS CL40. Das ist so ziemlich der langsamste RAM, den man im Moment so finden kann. Wirklich. Kein Scheiß. Wir haben jetzt hier ein 8 GB Regel. Hier sind 16 verbaut. Natürlich habe ich den zweimal in den Warenkorb reingepackt. Also 4800 MTS ist sogar unter der Spezifikation von AMD. Ja, das ist einfach der langsamste Standard. CL40 ist genauso langsam. Normalerweise nimmt man bei einem 2000 Euro System CL32 oder CL30. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Also ist wirklich der billigste RAM. Den haben sie irgendwo in Massen gekauft und dann rein in die Kisten damit. Und der kostet pro Regel 16,48 Euro. Meine Güte. Die Grafikkarte ist eine KFA2 GeForce RTX 4070 X Gamer. Ein Klick OC. 12 GB GDDR 6X. Tatsächlich setzen sie hier auf relativ aktuelle Komponenten, weil AM5 Sockel 7700X und Ebene 4070 sind die aktuellen Generationen. Sie bauen aber billig drum herum. Eine 4070 ist für Full HD und WQHD Gaming ganz locker geeignet. 4K kommt auf die Titel an. So Valorant und sowas läuft natürlich auch auf 4K. Kommt aber bitte nicht auf die Idee irgendwie Assassin's Creed Mirage auf 4K mit dieser Karte zu spielen. Da habt ihr keine Freude dran. Ansonsten findet ihr den FPS Test wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 619,99 Euro beim Mediamarkt. Kleiner Funfact am Rande, wo ich die eben gesucht habe, die gibt es auch in rosa. Das Netzteil ist ein FSP Hydro Car Pro Netzteil, 850 Watt. Das hat eine Herstellergarantie von 5 Jahren. Ist 80 Plus Bronze zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Also wir brauchen mindestens eine Gold-Zertifizierung. 5 Jahre Garantie. Ja, kann ich mit leben. Die aktuellen Netzteile haben meistens 10 Jahre Garantie. Festes Kabelmanagement. Dann fliegen halt die Kabel bei euch im Gehäuse rum, die nicht benötigt werden. Und es hat ATX 2.52. Bedeutet im Endeffekt für euch, das ist ein etwas älteres Netzteil. Das bringt noch nicht die neuen Anschlüsse für die neuen Grafikkarten von Nvidia mit. Bei einer 4070 ist das relativ wurscht, weil es gibt 4070er Karten. Die haben den alten Stecker und den neuen Stecker. Die sind 12 Volt High Power Anschluss. Aber wenn ihr später mal aufrüsten wollt, ihr wollt eine 4080 oder 4090 oder so reinschmeißen oder 4070 Ti von mir aus, habt ihr halt diese blöden Adapterkabel. Naja, müsst ihr selber wissen. Ansonsten 850 Watt reicht natürlich für das System, aber ich hätte definitiv auch ein anderes Netzteil genommen. Und das kostet 75,90 Euro bei alza.de. Die SSD ist eine Mega Electronics Fastro MS150 SSD 1TB. Mit wahnsinnigen Geschwindigkeiten beim Lesen von 2400 MB die Sekunde und Schreibgeschwindigkeit 1700 MB die Sekunde. Das ist jetzt beim Zocken nicht ganz so schlimm. Mehr wäre natürlich deutlich besser. Gerade bei diesem Preispunkt kriegt man schon welche, die mindestens 5000 MB lesend Schreiben haben. Und 1TB ist natürlich auch viel zu wenig. Bei einem fast 2000 Euro System 1TB, da gehören mindestens 2TB rein. Gerade bei den aktuellen SSD-Preisen. Bei diesem 1TB, da installiert ihr das Betriebssystem, ein paar Treiber, ein paar Programme, so Discord und sowas oder OBS, wenn ihr streamen wollt, wie auch immer. Dann habt ihr halt noch 2-3 Spiele, dann ist das Ding voll. Alleine Ark Survival Evolved, ich sag's immer wieder, so um die 400-450 GB mit allen Mods. Und die kostet 46,89 Euro bei Mine Factory. Software ist Microsoft Windows 10 Professional, 64 Bit. Man könnte jetzt schimpfen, dass es Windows 10 Pro ist, mach ich aber nicht, weil das könnt ihr sowieso kostenfrei upgraden auf Windows 11. Von daher sehe ich da jetzt erstmal kein Problem. Ihr habt halt diese Upgrade-Geschichte. Ja gut, vielleicht gibt es auch Leute, denen gefällt Windows 10 besser. Gar kein Thema. Und das kostet 19,86 Euro bei IT Hardports. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.485,85 Euro. Das System soll kosten. 1.949 Euro, runtergesetzt von 2.099 Euro. Das bedeutet, ihr bezahlt 450 Euro Aufpreis fürs Zusammenbauen. Das ist typisch Hightech. Brauchen wir nicht drüber reden. Alle Systeme, die bei denen so verfügbar sind, die haben auch keine Sonderangebote oder so, sind meistens zu teuer. Und ihr liebt es ja so, wenn ich euch eine Alternative zeige, da habe ich jetzt mal eben schnell eine rausgesucht, den Kreativ-Ecke 2000 auf Dubaro. Der kostet übrigens 100 Euro weniger. Wir haben den gleichen Prozessor. Eine 240er Wasserkühlung, die wird dann oben in den Deckel gebaut, weil das Gehäuse das nicht anders zulässt. Eine 360er passt oben einfach nicht rein. Braucht man für den Prozessor auch nicht, habe ich ja eben schon gesagt, aber just saying, deswegen ist keine 360er drin. Ein Gigabyte B650 Gaming X, AX DDR5. Ein deutlich besseres Mainboard auf Full-ATX. Viel mehr Erweiterungsmöglichkeiten, viel mehr Anschlüsse. Eine 4070 Ti, also keine 4070, sondern ihr habt nochmal deutlich mehr Leistung da, als eine 4070 Ti ist. Wir haben 32 Gigabyte, 6000 Megas Kingston Fury Beast. Gut, der ist jetzt CL36 ist auch nicht der beste RAM, aber deutlich besser als der RAM, der hier drin ist bei Hightech. Eine 2 Terabyte Kingston NV2. Ja, da gibt es auch bessere SSDs, ganz klar, auch für den gleichen Preispunkt, die noch ein bisschen schneller sind, aber immerhin haben wir hier 2 Terabyte. Ein 750 Watt MSI Mac A750 GL 80 plus Gold, ATX 3.0. 100 Watt weniger, dafür aber schon der neue Stecker mit dabei und auch Gold-Selfizierung und solche Geschichten. Und ein Big White Pure Base 500 DX schwarz mit Glasfenster. Technisch gesehen ein astreines Gehäuse. Design-technisch müsst ihr selber wissen. Dann haben wir auch hier die Liste. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1830,05 Euro. Und wir sind hier bei 1849 Euro, runtergesetzt von 1899 Euro. Also effektiv bezahlt ihr hier 19 Euro Aufpreis fürs Zusammenbauen. Endkundenpreise, ne? Dubaro hat andere Einkaufspreise. Genauso wie Hightech. Die will ich jetzt nicht in Schutz nehmen. Hightech hat auch Einkaufspreise, wenn sie in größeren Mengen abnehmen. Ganz klare Sache. Falls ihr euch den kaufen wollt, tut mir einen Gefallen, nimmt einen 7800 X3D. Der kostet bei Dubaro 114 Euro Aufpreis. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber selbst dann seid ihr im Zusammenbau immer noch sehr, sehr günstig unterwegs. Und vielleicht eine andere SSD. Das müsst ihr aber selber wissen. Eine schnellere, eine Fury Renegade oder so. Die NV2 ist okay zum Zocken. Wenn ich 2000 Euro auf den Tisch lege für ein System oder knapp 2000 Euro, will ich schon was Besseres haben. Ich zeige es euch hier auch nochmal ganz fix. Einen 7800 X3D für 114,90 Euro bitte reinkonfigurieren. Und hier zum Beispiel für 25 Euro knapp die WD Black SN770. Eine Top-SSD kann man locker nehmen. Wenn man das dann so gegenrechnet, landet man bestimmt irgendwie bei 70 oder 80 Euro fürs Zusammenbauen. Selbst das ist immer noch ein weitaus besserer Deal als der von Hightech. Ich wurde jetzt im letzten Video zweimal darauf aufmerksam gemacht, dass ich doch bitte die Versandkosten auch noch irgendwie mit reinrechnen soll. Naja, wir haben folgendes Problem. Bei Mine Factory zum Beispiel sind meistens die günstigsten Preise. Nicht immer. Manchmal hat man auch Alza, so wie eben, oder Alternate oder so. Aber bei Mine Factory zum Beispiel kann man zwischen 0 und 6 Uhr Versandkosten frei bestellen, wenn der Warenwert über 150 Euro liegt. Den Faktor muss ich schon mal berücksichtigen. Dann muss ich mir von den einzelnen Shops noch die einzelnen Versandkosten irgendwie rausholen und hoffen, dass die nicht auch irgendwie so ein System haben, das man ab dann und dann bestellt und das dann kostenlos ist oder am Wochenende, wie auch immer. Dann haben wir aber auch noch den Punkt, Hightech zum Beispiel oder auch Dubaro nehmen ja auch nochmal Versandkosten. Das muss ich dann auch nochmal gegenrechnen. Die haben auch andere Einkaufspreise. Wir rechnen hier mit Endkundenpreisen. Wenn die natürlich da 100 Gehäuse abnehmen, kriegen die ein 20er günstiger oder was? Ich weiß natürlich, was Be Quiet für Rabatte gibt. Und diese sind extrem, extrem wirklich. Also im Bereich PC-Shops, die halt fertig PCs liefern. Es gibt dieses Goals ja auch als FX-Modell. Das kostet dann im Handel irgendwie so 130 Euro oder 125 Euro brutto oder sowas. Das heißt knapp über 100 Euro netto. Also unerstand. Das heißt, ich kaufe das für den Preis ein, den ihr auch bei Geiz halt seht. Also so, weiß ich nicht, 125 brutto oder sowas sind so, weiß ich nicht, 105 netto oder sowas in die Richtung. Dafür kaufe ich das auch an. Ich kriege das nicht günstiger. Ich weiß aber, dass größere PC-Shops, die Be Quiet Partner sind, dieses Gehäuse mit ungefähr 40 Euro Rabatt einkaufen. Und bei einem 100 Euro Gehäuse 40 Euro Rabatt ist extrem. Deswegen lasse ich das mit den Versandkosten jetzt erstmal weg. Ihr könnt es euch ja selber dann dabei rechnen. Wenn ihr jetzt seht, es sind vier verschiedene Händler. Rechnet pro Händler 7, 8 Euro Versandkosten. Das ist dann effektiv auf einem ganzen Warenkopf von 2000 Euro irgendwie 30 Euro. Ob sich das lohnt? Bei einem Aufpreis wie hier von 450 wage ich zu bezweifeln. Und die Systemintegratoren kaufen jetzt auch nicht direkt bei Alza oder Mindfactory oder so, sondern bei irgendwelchen Großhändlern. Deswegen seht es mir bitte nach, wenn ich das mit den Versandkosten so ein bisschen ignoriere. Mache ich ja bei den Systemintegratoren an sich auch. Von daher passt das mit der Liste irgendwo. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Neumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Joint unseren Discord. Vergesst es nicht, falls ihr irgendwie eine Config braucht. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschau tschau.